Jugendliche unter 16 dürfen nachts nicht ohne Aufsichtsperson unterwegs sein. Stimmt das? Was meint ihr? Die rechtlich korrekte Antwort lautet, es gibt keine nächtliche Ausgangssperre für Jugendliche. Tatsächlich dürfen Kinder und Jugendliche nachts draußen rumlaufen, wie sie wollen. Das Jugendschutzgesetz beschränkt nur den Einlass, etwa in Restaurants, Bars oder Clubs, solange kein Erziehungs- oder Sorgeberechtigter dabei ist. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen dann nur zur Einnahme einer Mahlzeit oder eines Getränks bis 23 Uhr sich im Restaurant aufhalten. Jugendliche ab 16 dürfen ohne Einschränkung bis 24 Uhr da sein. Auf Tanzveranstaltungen, also in Clubs, dürfen Jugendliche ab 16 bis 24 Uhr bleiben.